Ein König regiert. Und dann stirbt er. Das ist unvermeidlich. Rometheus ist gelandet. Dies sind uralte Zivilisationen. Zwischen ihnen lagen Jahrhunderte und doch findet man in jeder einzelnen das gleiche Pictogramm. Du lächelst. Ich glaube, sie wollen, dass wir sie finden. Wir sind wegen einer Karte hier, die ihr zwei in der Höhle gefunden habt? Keine Karte. Eine Einladung. Von wem? Bitte sagen Sie, dass sie das lesen kann. Prometheus, seht ihr das? Was auch immer die Sonde da registriert, es ist eine Lebensform. Wie meinen Sie das, Lebensform? Über uns. Sie verändern sich. Verändern sich in was? Sie bewegen sich. Diese Dinge bewegen sich. Was ist das? Das ist ein Schiff. Sie brechen auf. Und wohin? Zur Erde. Wir haben einen Fehler gemacht. Bringen Sie uns nach Hause. Wenn Sie es nicht aufhalten, gibt es kein Zuhause mehr, zu dem wir zurückkehren können. Warum ist diese Tür offen? Schneid es raus! 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 Große Dinge haben einen kleinen Ursprung. Große Dinge haben einen kleinen Ursprung. Schneid es raus! Die Brüße sind die Fringe. Schm asegetre Sie sich nicht. Schmierer.